Wenn es losgeht, dann zählt es. Hola! Muito boa tarde! Tudo bom? Ich bin Dina Marisa, direkt aus der Selektion Lindenstraße. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag um 18.50 Uhr die Menschheit zu sehen. Aber was ist los mit unserem Spiel Loma? Triste? Wir schauen mal! Vielen Dank, Spiele Dadle, für deine Autokampfkarte. Nicht! Und was ist los mit der Diskussion, äh, Spiele Beine? Er spricht mit Schildfrüchten? Warum sagen Sie das erst jetzt? Ich konnte es einfach nicht. Ich hatte Angst, dass mir niemand glaubt. Oh je, fragen wir lieber mal unseren Experten. Live-Zugestalter. Hola! Wie stark ist die Mannschaft das Spiel am Sonntag? Nein! Meine Stärken? Nein! Nein! Ist die Mannschaft stark genug? Also, der Druck ist natürlich galaktisch. Der Druck ist wahnsinnig. Ich meine, Millionen gucken am Sonntag vom Fernsehen gebannt dieses Spiel an. Und die wollen alle nur Leistung. Die wollen Top-Leistung. Die wollen unterhalten werden. Die wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, die wollen die Wort-Tore sehen. Die wollen alles sehen. Die wollen Light-Dramaturgie. Die wollen alles sehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Oh! Verwinden die es weg? Sie müssen selber schauen. Einschalten. Am Sonntag um 18.50 Uhr im Erd. Schau! Vielen Dank! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns!